Die Wahl des Ministerpräsidenten Die Bewegung der Gewaltenteilung ist es, dass keine staatliche Instanz zu viel Macht erlangt und diese, wie etwa in der Zeit des Nationalsozialismus, missbraucht. Das Parlament kontrolliert die Regierung. Das Parlament wählt den Ministerpräsidenten und ist dann dafür verantwortlich, dass die Regierung von der Mehrheit unterstützt und von der Minderheit kritisiert und kontrolliert wird. Wie funktioniert das in der Praxis? Wer Ministerpräsident werden will, benötigt die absolute Mehrheit der Stimmen des Parlaments. In der Regel reicht ihm oder ihr dafür nicht die Zahl der Stimmen seiner eigenen Partei, sondern er muss dafür noch andere Partner gewinnen. Dafür bildet sich eine sogenannte Koalition. Der derzeitige Ministerpräsident, Bodo Ramelow, führt eine Koalition aus der SPD, dem Grünen und seiner Partei der Linken an. Die anderen Parteien, derzeit die CDU und die AfD, bilden die Opposition. Die Arbeit der Regierung ist laufend Thema im Parlament. Es gibt ja das Recht der mündlichen Anfrage und der kleinen, sogenannten kleinen Anfrage. Aber auch bei bestimmten Themen von großen Anfragen, da ist der Vorteil, dass man auch im Plenum dann diskutieren kann. Und es gibt ja auch spezielle Kontrollorgane, wie die Parlamentarische Kontrollkommission, wo es dann auch um Fragen der Geheimdienste etc. geht. Die meisten Initiativen für neue Gesetze kommen von der Regierung. Aber auch Fraktionen oder mindestens zehn Abgeordnete können ein Gesetz auf den Weg bringen. Der führt dann über sogenannte Lesungen im Plenum und die zuständigen Ausschüsse. Es geht kein Gesetz aus dem Land heraus, wie es hineingekommen ist. Das hängt ganz davon ab, welchen Umfang die Gesetze haben. Wenn es Artikelgesetze sind, die dazu beitragen, EU-Echt zu übertragen, dann ist das eher gering. Aber wenn es natürlich sowas ist wie Schulgesetz oder wie das Haushaltsgesetz, dann gibt es natürlich auch viele Änderungen. In den Ausschüssen findet die inhaltliche Beratung statt. Die Abgeordneten ziehen Fachleute hinzu, wenn das erforderlich ist. Beispielsweise, wenn es um die Frage Pflegeschlüssel in den einzelnen Bereichen wie Krankenhäuser oder wie Pflegeeinrichtungen geht, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir die Betroffenen mit anhören, um mit aufnehmen zu können, was die Praktiker vor Ort sagen. Ein Gesetz tritt erst dann in Kraft, wenn die Mehrheit der Abgeordneten zugestimmt hat und es der Landtagspräsident unterschrieben hat. Mit der Veröffentlichung im Gesetzesblatt verlässt das Gesetz den Landtag. Es tritt in Kraft. Organisiert werden Abläufe und Verfahren durch den sogenannten Ältestenrat. Der Ältestenrat ist natürlich nicht der Rat der Dienstältesten oder der Jahrgangsältesten Abgeordneten im Landtag, sondern der Ältestenrat ist ein Gremium, das im Kräfteverhältnis des Landtags den Landtagspräsidenten in der Ausübung seiner Aufgaben unterstützt. Ihm gehören an die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzenden, parlamentarischen Geschäftsführer. Der Ältestenrat tagt immer vor den eventuellen Plenumssitzungen. Daneben stehen den Abgeordneten die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung zur Seite. Sie sorgen dafür, dass die Abgeordneten die notwendige Unterstützung bekommen, um ihre Entscheidungen treffen zu können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!